Dieses Video wird präsentiert von Asus. Hi, ich bin Daniel von MobileGeeks hier auf der Computex 2015 und wir haben hier vor uns das Linkcase Pro. Eine Smartphone-Hülle für das iPhone 6 bzw. 6 Plus, die eure Signalstärke deutlich verbessern soll. Wir gehen einmal ganz kurz herum, das Ganze schnappt hier ganz normal wie so ein normales Backcase ein. Das besteht aus Kunststoff und hat natürlich auch die entsprechenden Aussparungen für die Knöpfe sowie auch für die Kamera. Was es aber besonders macht, man kann hier solche Antennen sozusagen herausziehen und was es macht, es transferiert die Empfangsstärke in das Innere hinein sozusagen und verbessert somit die Empfangsleistung deutlich. Die eine ist dabei für 3G, das ist die untere und hier die obere ist für 4G LTE. Wenn wir mal in die Signal Plus App reingehen, dann sieht man, wir haben hier gerade ein Signal von etwa 70%. Wenn wir das Ganze runterziehen, das Ganze öffnen, dann sollte sich das doch dramatisch verbessern und wir haben hier gleich um die 90%. Also das funktioniert in der Tat und wurde auch von der CTIA dementsprechend geprüft und man kann den Bericht dann auch herunterladen, falls ihr das nicht glaubt. Preislich liegen wir da bei etwa 40 US-Dollar. Man kann das Case derzeit bei Amazon.com kaufen. Ob es auch auf Amazon.de verfügbar ist, das kann ich euch gerade nicht genau sagen. Aber ansonsten, ja, die Idee ist natürlich so ein bisschen wie damals bei den Sony Ericsson-Smartphones. Blödsinn, keine Smartphones, natürlich normale Handys, wo man die Antenne rausgezogen hat und dadurch deutlich mehr Empfang hatte. Ja, das ist hier das Blink Case Pro auf der Computex 2015. Sagt doch mal unten Bescheid, würdet ihr euch so ein Case holen, wo man Sachen rauszieht und beim Telefonieren hat man dann so ein Ding hier. Sagt das doch mal unten in den Kommentaren, bin da wirklich sehr gespannt. Ich glaube, für mich wäre das wirklich nichts, aber es gibt ja sicherlich Leute, die in Gebieten leben, wo der Empfang eben nicht ganz so gut ist. Das ist das Blink Case Pro hier auf der Computex 2015. Ich bin Ali von Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.